Willkommen zu diesem weiteren Video. Heute möchte ich euch mal was erklären und zwar ich zeige mich ja 30 Abonnenten. Hast du schon gesagt, das war nochmal ein Video. Äh, ja. Ja, das wollte ich euch mal sagen und dann würde ich sagen, wir fahren direkt weiter hier immer noch nach Köln. Wie verlinkst du so ein bisschen? Fiegerum verlinkst du, ey? Nee. Warum nicht? Und ich hoffe, er wird locker auch mal auf seine Dings, äh, Abonnenten und so weiter reagieren, hoffentlich. Oder sich auch mal so, komm mal so, ja vielleicht schreibe ich den auch mal nachher in seinem neuesten Video oder heute Abend. Komm doch vorhin, wenn er live ist, dann schreibe. Halt dein Maul! Warte mal ganz kurz, hier kleine Kinder wieder am Wärsch. Muss mal ganz kurz gucken, Leute. Tut mir leid, äh, also Leute, tut mir jetzt leid, wenn immer noch im Hintergrund kleine Kinder schreien oder so. Halt's Maul! Ja, sorry, Alter, aber, nee, der will hier nur scheiß Folgen aufnehmen und dann schreien wir als im Hintergrund, Alter. Ja, sorry halt für die Scheiße, ey, ganz mild. Nein, nein, nein. Nein, halt's warm mit dein Fortnite, du Fortnite. Du Fortnite, ey. Der Fortnite ist ausgelutschter Müll. Genau wie Actros. Was ist Actros? Na, ich glaube, ich mag es. Ich glaube, ich mag es. Es gibt nur Mercedes-Benz Actros, also ich kenne keine Marke. Ja, egal. Das ist nur ein Modell. Ach, Actros. Ja? Weil, wie heißt die, ist dreckig. Spielzeug. Das ist ein Scania, nicht mal so. Ja, Spielzeug, okay? Spielzeug, fast. Ja, weil der andere in der Firma steht in Dortmund. Ja, aber mit der PS würde ich denn da nicht drin? Weil, das soll realistisch sein und kein Minecraft. Hä, in Minecraft kann man das? Doch, das ist ein Cheat. Ja, du Cheat. Ja, aber das Spiel hat ja den Cheat entwickelt, wie in jedem Spiel. Oh, boah, ein trickiger Tankband. Der, der ist nur so gut in die Falle. Ich habe erst gezeigt, wo ich immer noch vergessen habe, wie man zeichnen konnte. Aber, Digga, meine Stimme ist schon so gefickt, äh, wegen ein paar Aufnahmen hier. Vielleicht hole ich mir auch einen Winnie, oder mag ich YouTube? Ja, musst halt so ein Kamerastativ, musst halt gucken, was du immer Videos machst. Ich mache halt auch immer so ein Süßeneinander, weil... Dann würde ich vielleicht so... Keiner? ... neue Memes machen, weißt du, so... Ja, aber du weißt schon, das musst du ja über Links rauskriegen, über Epic Games. Und Epic Games informiert nicht alles. Ja. Es gibt wieder eine Lieblingswoche von mir. Also, Leute, vielleicht kommt nachher nochmal eine geile Folge Bulli. Tipp. Nee, warum? Darf ich da bereit sein? Ja, der wird mir aber höchstens wieder bei meiner Gang chillen, wie immer, Alter. Nee, warum? Ja, oder... Ich bin nicht mehr mit der Verwandtschaft. Und wisst ihr, Leute, was ich da sagen? Ich habe Bulli gestartet und dann stand ja oder nein, ich... Was stand denn da? Was stand denn da? Da stand die Option ja oder nein. Ich habe ja gedrückt. Ja, nee. Da muss ja auch eine Frage stehen. Was stand da als Frage? Kein Plan. Ja, toll. Dann stand ja oder nein und ich wollte ja drücken, dann wurde ich bei nein. Alles wieder bei nein. Vielleicht... Und dann habe ich nein gedrückt und dann stand... Und dann musste ich von vorne wieder anfangen. Nee, vielleicht kam da einfach die Frage. Willst du von vorne anfangen? Ja oder nein? Und ich habe dann nein gedrückt und dann wurde aber alles zurückgesetzt. Äh, eben hat er ja noch ja gedrückt. Hä? Ja, ich wollte ja drücken, dann wurde ich unten bei nein. Und dann wurde wieder alles... Ja, du machst das meiste mit Dreieck. Und Bully. Ja, das ging auf X. Ja, dann... Alter. Also wir haben jetzt hier noch... So, da schau ich mit PS2 und vorgesehen mit Bully. Da war alles besser. Ja, es ist alles gleich. Ja, aber nicht mehr Updates. Und Bully kommt jetzt auch keine Updates mehr. Ja, aber für die Playstation nicht mehr. Ja, aber die Playstation 4 kann ja nichts, dass... Vielleicht hast du auch ein anderes Spiel, weil es einfach gerade Streit oder so hat. Keine Ahnung, keine... Ja, wie der Vieh hat. Dein... Ja, Digga, warum? Warum von der Scheiße? Ja, sonst habe ich ja keinen Fallageln. Guck mal. Ja, Digga, dann hol die keine Feud über so einen Müll. Ja, ich hole mir Wurfe. Na, viel Spaß wieder bei der Mutter, die ja einen Scheiß. Ja, das ist doch genauso wie Wurf of Tanks. Wurf of Tanks ist viel geiler. Ja, Guck und da... Oder geht ihr alles dann noch brutaler? Also, ich tue nur. Ja, okay. Äh, egal. Also, ich mal... Soll ich mal immer was sagen? Scheiß auf die... Scheiß auf die Pollen! Was, äh, du machst mit einem Messer, steckst du die das hin? Digga, das Video sollte eigentlich nicht für Kinder sein. Ne! Aber, ja, Digga, wenn es Mission oder einfach mal so Spaß ist... Ja, du brauchst dafür... Ja, aber ich mach's ja nicht jede Sekunde oder jeden Tag. Ich mach's höchstens halt mal. Ja, ne, wenn mich schon als Sohn oder... Ah, er soll beleidigt, Digga, dann steh ich den natürlich ab. Oder komm selber ran vorbei. Digga, das ist mein Kindervideo, wo da labern... Ja, dann schließen wir dieses Drecks Thema ab und... Und da halten wir uns weiter über... Keine Ahnung was. Autobahnsimulator! Nein, Autobahnpolizeisimulator! Schmutz! Ja, ich hatte mal so ein Feuerwehrspiel. Und da gab's Kranwagen und damit bin ich umgekippt. Und hab mich unter die Map geklickt. Also, ich ergerne gerade den Busfahrer. Ich kann nicht mehr rauslegen! Oh, doch jetzt! Oh, scheiße! Ich bin richtig schnell so... Wichser! Also, Leute, wir haben gar nicht mehr weit zu fahren. Und wir nehmen erst 6 Minuten auf. Und das ist schon wieder so chaotisch! Wirklich? Ja. Unendlich! Also, ich könnte jetzt einfach so ein Ja aufnehmen. Nein, Spaß! Ich würde sagen, dieses Video geht eine Stunde oder so. Keine Ahnung. Nein, der hat sich plötzlich nicht eine Stunde aufgenommen. Ja, irgendwann kannst du dich auch so verpissen wie der andere Bruder. Hat er sich auch mal... Ja, irgendwann hat er gesagt, ja, tschau, das Wort von mir haut rein. Ähm... Ihr habt bestimmt auch nicht die Glocke bedient und auch nicht den Daumen hoch gelassen. Ja, und wo bleibt das? Abonniert! Also, Leute, jetzt mal wirklich... Verbrudelt! Digga, guck mal! Es ist so einfach. Es ist wirklich nur 3 Knöpfe oder 2 drin. Ja, ihr müsst euch unbedingt Daumen hoch oder Glocke abnehmen. Ihr müsst nur abonnieren, weil... Digga, kommt! Alter, 30... 30 Vollerabonnenten, die haben ja gesagt, komm, Alter, das schaffen wir. Komm, bitte! Bitte, Alter! Dann zeigt sich so... Ich zeige mich doch! Ich weiß ja nicht, wie ich das Ganze mit Facebook machen oder so. Ja. Aber auf jeden Fall ist es cool. Du willst auch mal live auch. Ja, nee, geht das ab so und so viele Abonnenten, glaube ich. Muss es dann nachher nochmal gucken. Ich wusste heute Abend einen Livestream. Ja, kann gut sein. Ja, oder hier von Und Around. Und Around ist doch nicht so interessant. Naja, du fährst eigentlich die ganze Zeit rum. Lädst ab, lädst auf und machst du nichts. Deswegen habe ich ein bisschen Unterhaltung mal geholt. Also, wir sind so gleich, ein paar Minuten, Stunden, vielleicht in Dortmund. Und dann holst du... Dann fahrst du erstmal weiter runter nach. Dann darfst du mal den anderen Prachter dann sehen. Hä? Prachter? Ich habe gar keinen anderen Prachter. Prachter. Ja, du meint LKW. Ja, auf LKW. Äh, jo. Köln, Marona, dann fahren wir durch Dortmonte halt. Warum kann dieser LKW nicht 100 fahren? Weil... Du bist ja auf einer Autobahn. Ja. Man darf ja auf der Autobahn so schnell fahren, wie man kann. Nein. Wenn dein Auto jetzt zum Beispiel mal 300 kann, du brauchst Platz. Ja, aber man... Und das sind auch so Vorregeln. Da sind dann zum Beispiel auf einmal nur noch 100 oder 200. Oder vielleicht nur noch 80. Oder auch 30, was sehr häufig man weiß hier in dem Spiel. Keine Ahnung. Aber Stefan, warte, ob es denn schneller da... Ich werde auf den Nummer 90. Äh, Liga. Aber scheiß drauf. Wisst ihr was? Wir müssen jetzt weiterfahren. Wir müssen noch drei Stunden fahren. Und dann haben wir erst Uhrzeit. Drei Stunden müssen wir noch fahren. Drei. Drei Stunden noch. Ich würde sagen, in 500 Metern da bei dem Parkplatz machen wir mal so eine kleine Filmeinilie-Pause. Und fängt sich schon wieder auf. Warum? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß selber nicht, warum sich immer alles hier aufhängen muss. Wenn wir so... Guck. Da habe ich schon wieder eine Nummer 30. Ich check's nicht. Ich... Papier ist einfach nicht. Wisst ihr? Stefan hat wieder vier Schadenbecken. Wirklich? Wieder so vier? Also wenn wir sind jetzt hier rüber... Hier bleiben. Ausfahrt. Das ist keiner. Das ist, glaube ich, nur da hoch. Wenn ich jetzt eine Ausfahrt genommen habe, das... Das ist eine Ausfahrt. Nee, oder? Nein. Also mal... Ich habe da nichts gesupportet, darf ich sagen. Ja, da wird manchmal... Also Tarn... Nee, wir sind ja so gut wie voll. Park direkt da. Nee, park direkt nur am Ende. Kannst du dann schneller raus. Jetzt haben wir so ein bisschen chilliger hier. Und äh... Ich kann jetzt schlafen. Hör mal auf. Nein. Nein. wir haben noch drei stunden fahrzeit und eine minute holen ja eigentlich schiff mal als keine pause anlegen ja eigentlich ist jetzt durchfahren muss dann gucken also vielleicht weiß dann wenn er vorne die vier steht gehen bei den minuten vielleicht verstandlos bei den 40 obwohl ich dann glaube ich kann man das wäre ich würde sagen wir fahren jetzt mal weiter scheiße fertig aus danke oder warum ja weil vielleicht gleich dann kam minuten kein parkplatz mehr hier irgendwo also deswegen müssen wir erst mal so schnellst wie möglich also wir haben jetzt zwei stunden noch fahrt dann müssen wir jetzt so schnellst wie möglich darüber kommen also muss den zwei stunden ankommen müssen glaube ich nicht nur meine ruhezeit und so weiter also ich darf in zwei schon nicht mehr fahren ja weil ich ja genau ich hoffe dass und wenn es nicht mehr geht dann muss auf den standstreifen einfach weiter ich mache scheißegal oder blockierst du einfach die straße ein bisschen rum ne ich fasse besser ich fahre weiter ich fahre einfach komplett durch so ja ungefähr so kurz davor gehst du da pendeln ja die spiel macht so müde weil du nichts zuerst nichts gar nichts und siehst einfach nur baume und der straße ein paar schilder ein paar autos also ja aber vielleicht wäre ich noch mal ein bulli video holen vielleicht weißt du oder hat noch was in der aufnahme dann so man sagt ja das muss jetzt spielen jetzt das nur ja ja so machen sie auch aber wenn sowas macht es echt also ist was wir davon schauen ist egal ich guck mal mehr von syrn ab als von paluten oder sohn komische lüte war egal ein der hat auch minecraft aufgenommen vorher ja klar ja karl das habe ich auch schon aufgenommen kann man die monaten gucken ja in denen kann ja auch bekommen oder so Was ist da rein? Was ist denn da zu wieder? Aber egal. Wo war ich denn dann? Hehehe. So, wir haben jetzt nicht mehr Beizufahren. Und ich bin echt schuld. Ich weiß nicht, dass wir es dann bald auch mal endlich geschafft haben, ey. So. Verpiss dich. Halt's Maul. Geile Brüder. Ich habs zu sie manchmal. Ja, so. Hallo. Pass doch mal auf, wo du hinfährst. So. Ja. Digga, wann kommt denn der Willen? Braucht denn der jetzt? Jetzt? Ja, jetzt. Ja, warte. Parkung. Und kommt der Drohne. Ah, ne, weißt du was? Mach's so? Ich mach das Video ganz gut. Ich schneide es jetzt hier für euch, gell? Also, einmal rausholen. Ganz kurz ein Cut. Und wir sind dann noch ein bisschen wieder. Ja, hier bin ich wieder, Leute. Jo. Jo. Fahrt mir weiter. Ja. Ist die Fahrt ab, Papa? Wir fahren immer noch weiter nach Köln. Äh. Jo. Also, wir haben jetzt auch noch mehr weit zu fahren. Äh, gell? Hier, hör doch. Ja. Wir haben jetzt nicht mehr weit zu fahren. Ist nicht mehr weit. Ist auch schön so. Ja. Wollt ihr mal unten in Köln endlich? Nee, Alter, wenn ich... Halt die Presse im Hintergrund. Also, äh. Ja. Ja. Das... Ist jetzt hier mittlerweile schon etwas schneller gegangen, das Ganze. Wir sind jetzt schon gut vorangekommen in den ganzen Zeiten. Ja. So. Uah. Bleib dran, danke. Jo. Wie lange dauert es denn noch? Äh, was meinst du? Die Fahrt. Nicht mehr lange. Warum willst du dich dann auch einfach verpissen, oder was? Ja, dann musst du dich dann auch einfach gehen. Ja, dann kannst du auch einfach gehen. Wenn du irgendwann so denkst, ja, komm, Alter, ich verpisse mich jetzt hier und sag noch tschau und so, weißt du? Boah. Ja. Ja, ich bleib zwar bis zum Wochenende in die nächsten Tanke. Ui. Hoho. Ich glaube gar nicht mehr. Die nächste Tanke kommt erst... Ihr verpisst mich ab dieser Kreuzung hier. Ich will sagen, du verpisst dich erst ab Dortmund. Also hier, ab hier. Nee, kannst du dann zum A-A-A-A-T-A-B gehen dann? Zu welchen? Nein, ich habe eine Ladung. Ja und? Ja, die mache ich erst mal. Und dann kann ich von mir aus. Also du verpisst dich ab. Sagen wir hier diese Kreuzung. Ja, okay. Hi. Ja, für YouTube. Ja, also... Naja. Es war schon so. Oha. Also, ich würde sagen, das war's mit dem wunderbaren Video hier auch schon an der Stelle. Äh... Ja, tsch... Und abonnieren nicht vergessen.